Hallo, einer meiner Opponenten hat sich von mir gewünscht, dass ich euch zeige, wie man seine juckenden Eier krollt. Also ich verstehe nicht wirklich, was die Frage soll. Ich habe hier jetzt zwei Eier und sie jucken mich überhaupt nicht. Aber ich kann euch zeigen, wie man sie krollt. Ist mehr ein Kratzen. Und vor allem an den Spitzen, oben und unten, sind sie sehr stabil. Und ja, ich kann euch noch zeigen, wie man damit schorniert. Scheiße. Das sind flüssige Eier. So ein Dreck. Das Seigel habe ich gefangen. So ein Dreck. Ja, ich kann nicht schornieren. Das war es auch schon wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Das war es auch schon wieder. Untertitelung des ZDF, 2020